hallo youtube hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen folge mafia 3 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön natürlich auch dass ihr dabei seid und so und so schön wieder die daumen gedrückt habt und schöne comments geschrieben habt ihr immer ganz lieben dank dafür im voraus so heute geht es weiter hier raube das lagerhaus aus verbleibender schaden 9.400 euro und ich will mal sehen dass ich hier irgendwie von der seite reinkommen die hat auch einen coolen haarschnitt nach sehr geil sehr geil sehr geil so finde ich das richtig lässig so hier sollten wir eigentlich so gehen wir hoch da ich gehe mit die tasche fühlt sich ziemlich leicht an leute ok schloss knacken ja 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 moment jetzt vorsicht ist die mutter der porzellan kiste wie spät ist das zeit für dich noch eine runde zu oder um mit ich mal um es auch gewinnt schon gesehen ja 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 ich brauche auf jeden fall die andere waffe so ein bisschen was größeres muss her ich glaube ich auch nicht viel besser von hier aus Okay. Der oben guckt genau hierher. Okay, ich würde dir mal... Vielleicht kommt hier einer her. Ich finde heraus, was das war. Kommen wir ja hier, Boy. Zack. Dies da, bitte. Ah, der reagiert nicht. Einen haben wir schon mal los. Vielleicht geht der jetzt mal da um. Na, der steht da um wie eine deutsche Eiche. Aber hier kann ich ja eigentlich rumballern. Noch zwei. Marina will dieses Baby sehen. Ich schiebe. Kannst du vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Ignorier ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen uns auf euch. Ich pfeife schon wie verrückter hier. Der kommt nicht. Verdammte Axt. So, wie viel haben wir da noch? Ah, ich glaube, ich muss jetzt auf die brutale Art versuchen. Das nützt nichts. Ja, was macht Elena oben? Er tänzelt da rum. Okay. 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 Ach, scheiße. Wie spät ist es? Zeit für dich noch ne Runde zu füllen. Drüben! Ich geh in Deckung! Hier mal jemand! Ich zieh! Gottverdammt! Scheiße! Du bist tot und du merkst es nicht! Hey! Erst! Du bekommst alle um! Gehen rum wo ihr dich nicht zieht! Ich hab ihn Ohaja Schnell weg, schnell weg! Was? Heilen, heilen, heilen. Wow, 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 wow. Hau dir das Teil rein, so. So. Einen haben wir noch übrig. Geht immer nur auf die harte Art hier. So, komm her, Boy. Es ist gesünder, wenn du weg bist. Nur eine Frage der Zeit, wann ich dich finde. Genau so sehe ich das auch, mein Lieber. Okay, keiner hat was mitgekriegt. Was hast du da, eine Schrot? Oh, gut. Die ist alle, ne? Ah, ist noch was drauf. Oh, oh, keine Polizei rufen. Oh ja, hier ist richtig Kohle. So. Was können wir hier noch machen? Wir können auf jeden Fall das Ding alles hochjagen. Aber erstmal gehe ich nochmal hoch. Guck, was hier noch so abgeht. Was haben wir denn noch Schönes? Da ist nix. Lieber nicht rausgucken. Da ist auch nix mehr. Nö. Ich würde sagen, wir jagen den Laden hoch hier. Jawoll. Sehr schön. Das ist doch mal richtig nice. Kohle ist schön abgesahnt hier. Können wir uns jetzt vom Acker machen. Und die Bude vielleicht noch hochjagen. So. Tschüssi Kowski. Oh Gott. Wer hat eine Waffe? So. Keine Zeit für den Stau. Oh, hier ist ein Stau. Das gibt's ja gar nicht. Was sagst du? Komm da gleich mal her. Mach gefälligst Platz hier. Jawoll. Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Die Sonne scheint. Das Herze lacht. Die haben uns schön die Taschen voll gemacht. Das hat sich doch mal gelohnt. Ui. Stell dir nicht so an, die kleine Delle. Jawoll. Jawoll. So, hier ist auch noch irgendwo Adrenalin. Das brauche ich nämlich auch noch. Feiner Cola. Vorsicht, Koppel. Pass auf, du Arschloch. Pass auf. Nacken. Vorsicht, Koppel. Was willst du? Wir haben mal die Kohle her. Hier habe ich doch irgendwo, genau. Hier hinter. Moinsen. Was hast du denn da Schönes? Geh mal her. Was denkst du dir eigentlich? So, ich nehme dir mal deinen Teil da weg. Wenn ich es nochmal sagen muss, rufe ich die Polizei. Was willst du? Was willst du? So. Aber hier noch irgendwo was. Hier war doch irgendwo ein Medizinschrank. Jawoll. Ich brauche noch Adrenalin für alle Fälle. Sehr schön. So, wo haben wir denn den guten Mann? Das wollen wir nochmal eben erledigen. Das wollen wir nicht erzählen, dass diese Stadt sich nicht weniger sicher anfühlt. Und das sind nicht nur die Raubüberfälle und die Drogendealer. Es ist etwas böses hinter all dem. Na, wo ist der denn jetzt? Ach, da vorne. Moment, oh. Hier muss ich durch, genau. Hier rein? Oh ja. So, da ist er wieder. Moinsinn. Werden alle verbleibenden Geschäftsziele entfernt. Hm. Schmugglerware. Hm, ablehnen. Mann, was habe ich denn hier überhaupt noch offen? Ach, egal. Wir nehmen das an. Ich nehme das an. Ist dir irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Hab gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich kriege ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Der kleine Pissaroy ist zurück im Lagerhaus. Tu, was du musst. Was war da bei der Gewerkschaft los? Klingt, als hättest du es Toretto gegeben. Genau so, mein Lieber. Schmuggel mit Kuba ist nicht so schwer, wie du denkst. Solange man weiß, wie man es in aller Stille macht. Genau so ist das. So. Ja, meine Lieben. An dieser Stelle machen wir einen kleinen, winzigen Cut. Und wir sehen uns natürlich in der nächsten spannenden Folge wieder. Hier fängt es ja sowieso gerade an zu regnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ihr Lieben. Bis dann. Und ciao. Ciao.